Der Mörder der Königin ist noch da drauf. Alle haben Angst. Er ist abscheulich. Er ist ein Monster. Er ist perfekt. Hey, Boss. Wer bist du? Mein Name ist Nimona. Hier ist ein neuer Zeitpill. Ich brauche keinen Zeit. Jeder Schurk hat einen. Ich bin kein Schurke. Der wahre Schurke ist da draußen und ich brauche wirklich Hilfe. Bin dabei. Wen willst du zuerst töten? Was? Ich kann uns hier rausbringen, aber versprich mir, dass du nicht ausrastest. Wieso sollte ich dir vertrauen? Versprich's mir! Ich verspreche es! Auch wenn du das Horn siehst? Horn? Versprich es einfach! Versprochen, versprochen, versprochen. Ich will, wenn ich da... Jetzt kommt der Teil mit dem Wegrennen. Du bist eine Gestaltwandlerin? Monsteranriff. Monsteranriff. Das hast du mit Absicht gemacht. Dir kann man echt nichts vormachen, Boss. Irgendwas, irgendwas, irgendwas gewonnen. Wenn sie jemanden findet, bin ich es. Ambrosius hält mich für den Königinnenmörder. Jemand, dem du vertraut hast, hat dich hintergangen. Sobald dich alle als Schurken sehen, bist du eben einer. Hat er uns gesehen? Ja. Gemeinsame Sache mit einem Monster! Nennen sie dich so! Manchmal ist die Welt scheiße zu dir. Aber gemeinsam können wir zurückschlagen. Sie ist klug, nett und ziemlich niveauvoll. Der Kerl hat ihn in die Rüfte gemacht. Er hat sich vollgepisst. Oh, mir gefällt, worauf das hinausläuft. Lass uns was zerlegen. Letta. Versprich mir, dass ich dein offizieller Sidekick bleibe. Für immer. Keine Rückzieher mehr. Könntest du einfach nur du sein? Ich kann dir nicht folgen. Ich kann dich nicht verlieren. Oh, mir gefällt, wie du es hast. Vielen Dank.